Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich zusammen mit euch die Ötzi-Aufgabe durchgehen, über die ihr bestimmt schon mal gestolpert seid. Und zwar geht es um folgendes. Als man Ötzi aus dem Eis fand, enthielt die Mumie noch 53,3% des Kohlenstoffs C14, der eine Halbwertszeit von 5730 Jahren hat. Vor wie vielen Jahren starb Ötzi? So, in eurem Kopf macht es jetzt erstmal was? Keine Ahnung, genau. Wir sammeln jetzt erstmal die Informationen, die hier drin sind. Also wir bekommen eigentlich recht wenige Informationen. Wir kriegen nur, dass jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, oder als man Ötzi fand zu diesem Zeitpunkt, hatte er noch 53,3% von irgendeinem Zeug in sich. Und dieses Zeug, dieser Kohlenstoff, der hatte eine Halbwertszeit von 5730 Jahre. Das ist alles, was wir bekommen. Also einen Prozentanteil, wie viel man von dem Zeug fand, und die Halbwertszeit von dem Zeug. Wir nutzen jetzt erstmal die Halbwertszeit, um den Wachstumsfaktor zu finden. Wir haben hier ja ein exponentielles Wachstum oder exponentieller Zerfall in dem Fall hier, weil dieser Kohlenstoff halt eben zerfällt. Und die ganz normale Gleichung für exponentiellen Zerfall wäre ja das da. Also A mal B hoch T. Manche nutzen auch die E-Funktion hier an der Stelle. Ich mache es jetzt einfach mal mit der ganz normalen allgemeinen Gleichung. A ist der Anfangswert, der von diesem Kohlenstoff in dem Körper war. B ist der Zerfallsfaktor. Und T ist die Zeit. Den Zerfallsfaktor kennen wir jetzt nicht. Wir kennen auch nicht den Anfangswert, wie viel C14 denn anfangs in dem Körper von Ötzi war. Aber wir bekommen die Halbwertszeit. Und zwar sind das 5730 Jahre. Und Zeiten kommen ja immer hier oben in das T. Und da setzen wir dann jetzt auch die 5730 ein. Halbwertszeit bedeutet ja, dass von dem Ursprungswert, also von dem A, der ursprünglich in dem Körper war, ist jetzt noch die Hälfte von dem Zeug im Körper. Also auf die eine Seite kommt dann die Hälfte von dem Ursprungswert, also ein Halb von dem Anfangswert. Und auf die andere Seite kommt der Anfangswert mal der Wachstumsfaktor hoch. Und da kommen jetzt die 7530 rein, weil das ist ja der Zeitpunkt. Also die Halbwertszeit sagt ja, so viele Jahre braucht man, um die Hälfte von dem Anfangswert dann noch drin zu haben. Das ist immer der Ansatz für die Halbwertszeit. Also das ist jetzt kein Hexenwerk irgendwie, sondern das ist so die Begründung für die Halbwertszeit. Jetzt kann man das A rausstreichen, weil es auf beiden Seiten steht. Dann steht da ein Halb gleich B hoch 5730. Und da wir ja nach B auflösen wollen, müssen wir jetzt noch die 5730. Wurzel ziehen, damit das B alleine steht. Also wenn ihr das macht und die 5730. Wurzel aus ein Halb mit dem Taschenrechner berechnet, kommt ihr auf folgendes 0,999988. Je genauer ihr diese Zahl hier angebt, also rundet das auf keinen Fall auf 1 oder so auf, ihr müsst da schon mindestens 4 Nachkommastellen verwenden. Und das macht einen Riesenunterschied bei euren weiteren Berechnungen, ob ihr hier sogar schon auf 4 Nachkommastellen, also hier auf eine 9 rundet, oder noch die 8,8 mitnehmt. Also wundert euch da nicht, falls eure Ergebnisse extrem von anderen abweichen. Das liegt hier mit diesem Wachstums- oder Zerfallsfaktor zusammen. Aber den haben wir jetzt, also wir haben wirklich nur die Halbwertszeit benutzt. Wir kannten keine weiteren Informationen, außer diese Jahreszahl, wie lang die Halbwertszeit eben benötigt. Gut, dann hätten wir aber einen Wachstumsfaktor und unsere Funktion können wir dann ein wenig besser schreiben, nämlich A ist ja der Anfangswert, den kennen wir immer noch nicht, den werden wir auch nie kennen. B ist der Wachstums- oder Zerfallsfaktor, den wir gerade ausgerechnet haben. Und T bleibt ja als Unbekannte einfach drin. Denn nach T wollen wir auch auflösen, weil unsere Frage ist ja, vor wie vielen Jahren starb Ötzi? Also wir suchen einen Zeitpunkt T. Da werden wir jetzt nichts mehr einsetzen. Wie eben schon gesagt, den Anfangswert von diesem Kohlenstoff kennen wir auch nicht, wie viel da ursprünglich in unserem Körper oder in dem Körper von Ötzi drin war. Aber wir bekommen noch eine weitere Information. Und zwar, dass zu dem Zeitpunkt, als sie ihn fanden, waren von diesem Anfangswert noch 53,3% vorhanden. Also, wir schreiben jetzt auf die eine Seite diese 53,3% vom Anfangswert. Das können wir natürlich nicht mit Prozent schreiben. Also wenn ihr das noch durch 100 teilt, dann kommen wir auf 0,533 mal A. Also das ist jetzt eigentlich nichts anderes oder sehr ähnlich zu dem, was wir hier vorne gemacht haben. Hier vorne war noch die Hälfte vom Ursprungswert übrig, also ein halb mal A. Oder ihr hättet hier auch 0,5 mal A schreiben können, also 50% vom Anfangswert. Und hier sind es halt eben 53,3%. Also das müsst ihr einfach durch 100 teilen. Und dann bekommt ihr den Faktor, der auf diese Seite hier muss. Und auf der anderen Seite steht natürlich unsere Gleichung. Genau, also wir suchen den Zeitpunkt T, an dem noch 53% vom Ursprungswert da sind. Okay, jetzt steht auf beiden Seiten wieder das A. Der Ursprungswert, ihr merkt, das ist total irrelevant, was der Ursprungswert war. Hier geht es, das hält sich immer schön raus. Und jetzt wird gerechnet. Jetzt haben wir aber keine Zahl mehr im Exponent. Also hier war ja eine Zahl oben und wir mussten nur eine Wurzel ziehen. Jetzt ist es hier anders. Jetzt steht unser T oben. Also nach dem wollen wir auflösen. Und das funktioniert dann nur mit dem Logarithmus. Also wenn eure Unbekannte oben steht, müsst ihr den Logarithmus auf beiden Seiten anwenden, damit ihr die da überhaupt runterbekommt. Also auf beiden Seiten könnt ihr Ln einfach anwenden oder Logarithmus zu irgendeiner Basis, die ihr wollt. Ist total egal. Ln funktioniert auch. Machen wir das mal auf beiden Seiten. Da steht dann Ln von 0,533 gleich Ln von dem anderen Zeug. Also wirklich Ln von der kompletten Seite, die da dann noch steht. Jetzt gibt es ja ein Logarithmusgesetz, das uns sagt, dass wir Hochzahlen, Hochzahlen, die im Logarithmusausdruck stehen, die dürfen wir einfach vor den Logarithmus schreiben. Also auf der Seite Ln von 0,533. Entweder ihr rechnet das aus oder ihr zieht es einfach mit. Also das ist ja einfach nur irgendeine Zahl. Und hier diese Hochzahl, die im Logarithmus steht, die dürfen wir nach vorne mit einem Mal schreiben. Und übrig bleibt nur noch der Rest, der dann in der Klammer stand. Aber das T nicht mehr. Das haben wir vor den Logarithmus schreiben können. Und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch durch diesen Teil hier teilen. Also das ist auch einfach nur eine Zahl. Und dann steht das T alleine. Also da steht dann Ln von 0,533 durch Ln von dieser super schönen Zahl von unserem Wachstumsfaktor. Und wenn ihr das ausrechnet, und am besten rundet ihr wirklich nicht vorher, weil das macht schon einen riesen Unterschied. Wenn ihr das jetzt in den Taschenrechner eingibt und ausrechnet, kommt ihr auf 5243,3. Wenn man mit den exakten Zahlen hier gerechnet hätte, also hier den Wachstumsfaktor auch nicht, oder das Zerfallsfaktor nicht gerundet hätte auf die fünfte Stelle, dann kommt hier, glaube ich, 48 raus. Und wenn ihr es auf vier Stellen rundet, kommt hier irgendwas mit 6000 raus. Also es ist wirklich extrem, was da für unterschiedliche Ergebnisse kommen können. Deswegen ist das Vergleichen oft ein bisschen schwierig. Aber das ist jetzt der Zeitpunkt, oder vor so vielen Jahren hat Ötzi gelebt. Ich hoffe, ihr konntet folgen, wie die Aufgabe funktioniert. Falls ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare und ich helfe euch dann dort.